Was war das? Marie, kannst du mich hören? Ja, kann ich. Aber ich kann meine eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen. Es ist stockdunkel. Was mache ich denn jetzt? Erstmal ruhig bleiben. Bestimmt ist das nur ein kleiner Stromausfall. Klein? All die schönen Lichter sind aus. Die ganze Stadt ist dunkel. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Lust auf mehr? Dann hör dir jetzt die Folge auf Spotify, Apple Podcasts oder YouTube an.